Hallo, hier ist Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, dem 23.11.2021. Man könnte fast sagen, am vorletzten Handelstag der Woche sollte man ein bisschen berücksichtigen, dass am Donnerstag, Freitag, der Thanksgiving in den USA ist. Das heißt, da wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel passieren. Das wird sich dann alles jetzt hier morgen, beziehungsweise am Dienstag und am Mittwoch jetzt abspielen. Und der plancht, unser DAX plancht, die Bullen gehen baden. Wir haben ja gestern hier schon unseren Bullen vom Steak fallen lassen, weil das Futter vom Freitag nicht geschmeckt hat. Sollte nochmal hoch an die 200 ran, dann schon mal vorschnuppern an der 70, 16, 70. Wenn er sich bei 200, 230 hier abgedreht gekriegt, das hat er sehr genau gemacht. Also, da hätte ich ihm sogar noch ein bisschen mehr Platz nach oben gegeben. Das hätte er gar nicht direkt von der 200 machen müssen. Aber er wollte das so, das ist auch für uns okay. Technisch reicht das vollkommen aus. Der Rücklauf ist vollständig. Ist ja manchmal so, wenn ein Rücklauf zu kurz ist, fehlt unten raus dann oft die Durchschlagskraft, weil zu wenig Überraschungsmomentum drin ist und so weiter. Wo 200 ist vollkommen okay, so was er gesagt, 200 bis 230. Dann gegebenenfalls nochmal runterdrehen, die rein in die 16, 70. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob man es im Video auch schon gesagt hat oder ob ich es nur in den Mails im Verteiler geschrieben habe, im Premium-Dienst. Da hat man auf jeden Fall gesagt, dass die 16, 70 wahrscheinlich heute erst und die 16, 10 dann gegebenenfalls erst am Folgetag, am Dienstag kommen kann, weil er einfach zu wenig Bewegungstempo drauf hat. Ich bin mir nicht sicher, ob man es im Video auch so gesagt hat. Ich glaube fast eher nicht, weil da konnte ich ja auch noch nicht sehen, wie schnell der unterwegs ist. Also nee, dann haben wir es bloß im Verteiler gesagt. Aber Fakt ist, er hätte jetzt zum Dienstag eben auch noch die 16, 10 dann jetzt hier als Möglichkeit. Das heißt, die Unterstützung hat er erstmal verteidigt, hat er bis in die 200 reingedrückt, hat es dann ab und schalten können, hat jetzt neue Tiefs gebracht und geht jetzt hier so ein bisschen in diese Volumenzone rein. Also da braucht man keine teuren Volumentools, um sich hier anzeigen zu lassen, dass hier eben die Spitzen sind, die werden in dem Bereich hier liegen. Und da wird er nochmal ein bisschen reinstechen zum Dienstag, nochmal unter den Montag drunter. Lasst euch nicht irritieren, wenn er per Aufwärtsgib reinkommt, das macht er ganz gerne mal. Wenn er am Dienstag doch noch runter will, irritiert einfach früh die Leute, dann denken die, ja, jetzt konnte er wieder alles aus und dann puff, steht trotzdem wieder ein neues Tief rein. Und dann wird halt ein bisschen, das ist jetzt wichtig, wie das vom Timing kommt. Also da muss er ein bisschen aufpassen, dass er das gut hantiert. Vormittags sind die Tiefs relativ typisch, gerne auch mal so in die 11.30 rein, in die, ja, so einfach zwischen 11.30 Uhr ist das gerne gesetzt. Oder sagen wir mal zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr, setzt er ganz gerne nochmal so ein Vormittagstiefs nach so einem Bewegungstagen. Und dann wird es sehr, sehr, sehr spannend, weil dann erholt es sehr oft über den Mittag. Und dann richten die Amerikaner eigentlich komplett. Die entscheiden dann auch, wie die ganze Woche weitergeht im DAX. Wenn sie dann am Nachmittag auch nochmal neue Tiefs reinstellen, dann rutscht der, also wir sagen jetzt einfach mal, erreicht jetzt früh die 16.10 Uhr am Vormittag, kommt vielleicht ein bisschen, kommt vielleicht hier um 16.100 Uhr rein oder was, dann klickert das sich hier ein bisschen runter, macht die 16.10 Uhr voll, vielleicht auch die 16.000 ein bisschen antippt, aber ich würde eher drauf tippen, dass er ein bisschen höher dreht, also zu tief. Also, dass er das Vormittag macht, dann erholt es sich wieder ein bisschen, macht vielleicht das Gap auch zu und dann kommt die Amerikaner so und schieben die Amerikaner ihn dann danach über eine 16.150 wieder drüber. Dann ist das, glaube ich, hier unten sogar schon fertig, das Tiefs, und dann kriegen wir den nochmal raus jetzt hier über die Feiertage in den USA auch. Dann wird es sich hier wieder hochziehen und hier einfach die nächste Trennschub nach oben wegstellen, weil das ist eine Supportzone, wenn der DAX sich da draus dreht, das ist trotz Umkehrsignale im Tagesschart, muss die Korrektur ja nicht ewig anhalten. Also, da würde ich in dem Sinne einfach aufpassen, Turnaround Tuesday hat nicht umsonst einen Namen, der kommt nämlich genau daher. Und da, wo wir oft gesagt haben, hier, es ist Dienstag und es ist untypisch, dass der DAX nach unten dreht, auch wenn Turnaround Tuesday ist und auch wenn es jeder sehen will, ist es an einem Dienstag im Gegensatz, wenn es fällt, eher typisch sogar. Es muss nicht immer kommen, aber es ist wesentlich typischer, eine einzelne Aufwärtsbewegung, dass es sich runter dreht. Das ist ganz wichtig. Wir wechseln die einen oder anderen mal ganz gerne. Die feuern sich dann selber an mit jedem einzelnen Shorten, in so eine Bewegung reinlegen und sagen, naja, jetzt kommt doch gleich der Turnaround, und dann kommt doch gleich der Turnaround und am Dienstag, wenn er fällt, dass man das einfach ein bisschen im Hinterkopf will. So, das ist mir wichtig, also über den Mittag dann eine kleine Gegenbewegung einplanen, wenn er denn hier runter kommt, wenn er denn überhaupt so weit mitspielt. Die 16.10, kleine Gegenbewegung und dann am Nachmittag entscheidet sich das. Kriegen wir am Nachmittag nochmal neue Tagesdiefs? Ja, ab 14.30, ab 15.30, dann darf er auch weiter, dann geht er auch noch runter hier, dann geht er bis in die 15.69, 15.59 rein, dann kann er sich dort nochmal ein bisschen abhammeln, weil ich jetzt auch nochmal so eine kleine Volumenzone, ja, und wenn die dann auch noch fällt, dann kriegt man übergeordnet halt wirklich langsam richtig schöne, richtig schöne Bewegungsumkehr halt auch rein, die dann auch wirklich nach unten viele Ziele frei macht. Auch größere Ziele, auch im Tagesschatz, können wir uns gleich angucken. In dem Moment, wo jetzt einfach bloß hier die letzten Hochs von oben abtackert, da ist jetzt nicht unbedingt ein Preis für die Bären gewonnen, ne, auch wenn wir das mit Vorliebe gerne mal sehen, dass die sich hier wieder nass machen, ne, aber das ist jetzt noch nicht, dass die Chartlack ist, sich jetzt ins Negative dreht, ne. Wer mal eine geschriebene Analyse immer mit anguckt, da steht auch oberhalb von 16.000 noch positive Chartlack oder so in der Richtung, ne, also das, das einfach auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, hier ist schon noch Angriffspotenzial für die Bullen da. Sollten die Amerikaner nämlich zum Nachmittag keine neuen Tiefs bringen, ja, und das bei einem Vormittagstiefs belassen, und die ziehen dann den Dachs wieder hinten raus und der macht vielleicht auch eine grüne Tageskerze. Da kann es fast von ausgehen, dass der Mittwoch auch nochmal lang oben rausgeht und am Donnerstag stehen wir hier wieder am Allzeithoch zu Thanksgiving von Amerikanern. Ja, das ist Black Friday, ist dann, glaube ich, auch und dann haben wir dort pünktlich, pünktlich passend, trefft genau die neuen Allzeithochs. Na, also da, da würde ich noch ein bisschen aufpassen, dass wir sind auf jeden Fall gedreht, es ist legitimer, wieder auch mit Shots zu agieren, das haben wir, glaube ich, gestern auch schon gesagt, ne, wenn man sich bei 16.200 wieder runterritt, kann man dann durchaus jetzt langsam auch jetzt wieder anfangen zu shorten, ne, also Shots zu probieren, aber ich würde eben ein bisschen hier aufpassen, am Dienstag, wenn wir in die Zielstation einlaufen, ne, eine Erholung, die kann man versuchen wegzuschorten, aber man muss das sehr, sehr, sehr genau hingucken, trainieren die Amerikaner, kriegen hier das nicht hin, neue Tiefs reinzustellen, wie gesagt, ähm, dann, dann macht er hier hoch, ne, dann macht er die Strecke nach oben, äh, genauso, wenn er früh sich gar nicht auf dieses Spiel nach unten zum Gapgross einlasst, das ist, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber das ist ja nicht garantiert, so, und wenn unser Tax jetzt nach oben raussteigt, und dann macht 16.150 nach oben kalt, dann macht die 16.180 nach oben kalt, dann macht die 16.200 nach oben kalt, dann kannst du eigentlich auch schon wieder abschreiben, dass hier unten noch groß viel was draus wird, dann ist das fertig, und dann dreht es sich wieder nach oben auf, und das ist, das meinte ich auch vorhin, mit oberhalb von 16.000 ist die Chartlacke noch positiv, hat halt auch viel zu viele Möglichkeiten noch, sich da aus dem Schlafmassel rauszudrehen, und sich durch eine gekonnte Umkehr einfach auch wieder nach oben aufzurüsten, ne, und wir kennen unser Dax, der braucht zwei fette grüne Stundenkerzen, und der hat so einen Tag komplett wieder ausgekontert, ne, in dem wir mit den letzten Wochen, Monaten oft gesehen, deswegen will ich ihn noch nicht zu früh loben, auf jeden Fall haben wir das Umkehrsignal im Tagesschart bestätigt, was wir gestern gesagt haben, ne, das hat er bestätigt, er ist tiefer gegangen, wir hatten hier das mittlere Bollinger Band in den Mund genommen, die 16.10, das wird jetzt für den Dienstag interessant, und wie gesagt, wenn er dann am Nachmittag auch unter der 16.000 rausarbeitet, also dann geht wirklich einiges auf, halt, ne, auch hier kann man dann durchaus auch 7.80, 15.87 unterhalb von 16.000 wieder anpeilen, und dann kommen ja hier auch überall wieder offene Gaps halt, ne, 16.27, und schwuppdiwupp steht der letztendlich dann hier wieder unten an der 200-Tage-Linie, und das geht dann recht schnell, die kommt angestiegen, die landet dann hier so im Bereich um 4.50, ne, auf die nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Tage, wird die sich hier bei 4.50 einrenken, und das wäre dann durchaus ein attraktives Ziel, wenn sich der Dax wieder unterhalb des mittleren Bollinger Bands auf Tagesebene etabliert, aber auch hier sehen wir, er ist jetzt letztendlich noch im Pfeil drin, kommen jetzt hier grüne Kerzen nach oben wieder raus, tut er sich da keine abbrechen, ne, also das muss wirklich ganz klar sein, das muss wirklich klar sein, wenn er sich auf dem Niveau noch zügig umgedreht kriegt, wir sind noch oberhalb der letzten Allzeithochs, wenn er sich hier oberhalb einfach umgedreht kriegt, wieder nach oben auftritt, immer ein bisschen im Hinterkopf halten, und lieber mal eine Handbremse anziehen, ja, lieber vielleicht auch mal Stops nachziehen, und so weiter und so fort, und eher vielleicht nochmal für die Longseite öffnen, denn, ähm, außerhalb hier haben wir gesagt, kurzfristig immer mal wieder Longchancen auch nutzen, wir haben zwar gestern gesagt, wir haben eine Umkehrkerze drin, ne, das legitimiert wieder Shorts und so weiter und so fort, man sollte es auch beachten, man sollte es, ähm, zur Kenntnis nehmen, aber deswegen die Longchancen jetzt auch nicht ignorieren, wenn sie kommen. Kommen keine, kann man jetzt hier runterballern, wie man will, ne, Richtung zu einer Taglinie, aber wenn da, wenn der sich hier grün wieder auftritt, und dafür ist so ein Dienstag schon eher gefährlich, das muss man so sagen, ne, gerade wenn es beim Vormittags, einfach nur so ein Vormittagstief stehen ist, und er steigt dann über Nachmittag raus, dann kann, echt, das ist so oft, dass er einfach bis zum Donnerstag reinsteigt, das darf man nicht ignorieren, das darf man einfach nicht ignorieren, das wäre sonst ein bisschen fahrlässig. Gut, in dem Sinne hoffe ich, euch hilft das was, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.